Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Facttime. Im heutigen Video werden wir 10 erschreckende Fakten über Plastik ansprechen. Denn irgendwie liegt mehr, wie ihr wisst, Naturschutz am Herzen. Und da denke ich, ist es wirklich ein Thema, was man wirklich mal im Facttime verpacken könnte. Der erste Fakt ist, dass in unseren Meeren bereits eine Billion Tonnen Plastik schwimmen. Was, wenn man so im Verhältnis rechnet, extrem krass ist. Im Jahre 2050 wird jede Meeresvogeldierart Plastik fressen. Bis in das Jahre 2015 haben wir 6,9 Milliarden Tonnen Plastikmüll erzeugt. Etwa 9% davon wurden recycelt. 12% wurden verbrannt und 79% kamen auf Deponien oder sind in der Umwelt verschwunden. Schätzungen der Langlebigkeit von Plastik gehen davon aus, dass sie bis zu 450 Jahren bis ewig halten. Der größte Absatzmarkt für Plastik sind Verpackungsmaterialien. Diese werden aber selten verbrannt oder recycelt. Mehr als 40% des Plastiks, das verwendet wird, wird nicht recycelt. Bisher gibt es 700 Berichten von Meerestieren, die Plastik gefressen haben oder sich darin verfangen haben. Weltweit werden täglich eine Million Plastikflaschen verkauft. Das waren die erschreckende Fakten zu Plastik. Zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr auf die Natur schaut, verzichtet auf Plastik. Plastik verwendet für die Milch, Meerwegflaschen, verwendet Glasflaschen, irgendwas, was halt mehr Sinn ergibt und nicht die Umwelt so verschmutzt wie Plastik. Nichtsdestotrotz war es das für das heutige Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonniert mich da oben. Hiermit bin ich raus. Ciao! Ciao!